Hey, was geht ab, Leute? Euer Frapsis hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um den neuen Fortnite-Gegenstand-Shop, und zwar vom 08.02.2021. Ich bin gespannt, ob etwas Neues reinkommt, aber bevor es damit losgeht, Daumen da lassen, abonnieren nicht vergessen, Freunde, und gerne auf Twitch-Follow. Morgen gehen wir wieder die aktiven Streams los, heute nochmal den ruhigen raushängen lassen. Ansonsten schauen wir doch einfach mal rein, was hier abgeht. Auf jeden Fall haben wir hier die Valentinstag-Sachen hier auf jeden Fall am Start. Bevor es aber damit komplett losgeht, checken wir die ganzen Sachen ab. Heute ist Super Bowl, ich denke mal, das wisst ihr bereits. Ihr könnt ja gerne unten reinschreiben, wie es dann ausgegangen ist, alles drum und dran, hier und da. Dann wissen auch die Brace-Bescheid, die eventuell etwas später aufstehen. Dann fangen wir jetzt hier heute mit dem täglichen Bereich an und arbeiten uns dann natürlich weiter. Im täglichen Bereich, Freunde, wie ihr sehen könnt, haben wir eine neue Sache am Start, und zwar diese optimistische Lackierung. Ja, reaktive Lackierung werden beim Schießen animiert. Okay, ihr seht, das ist wie wenn deine Waffe gefüllt ist mit Wasser, ist auf jeden Fall ganz cool, beziehungsweise mit Schlürfsaft. Ist jetzt nicht die beste Lackierung so, finde ich, aber die ist trotzdem gar nicht mal so schlecht. Really talk. Könnte man also theoretisch gesehen, meiner Meinung nach, mitnehmen. Soviel auf jeden Fall dazu. Gehen wir natürlich weiter, Freunde. Hier unten haben wir noch so einige Dinge. Fangen wir hier drüben mit Atlantis-Fischstäbchen an. Zuletzt vor 77 Tagen drin gewesen. Fünfmal insgesamt im Shop. Meiner Meinung nach jetzt nicht so nice, um ehrlich zu sein. Ist natürlich jetzt hier bei jedem eine Geschmackssache, ob ihr es mögt oder nicht. Wir haben dann nochmal Zero hier am Start für 2000 V-Bucks. Zero ist auch ein Skin, den ich persönlich nicht so feiere. Das Rückenaccessoire von dem ist eigentlich ganz cool, alles andere eher nicht so. Dann haben wir einfach einhändig für 500 V-Bucks. Team Mech und Team Monster. Ist natürlich jetzt halt auch nichts Besonderes hier in dem Fall aus Einhändige, also einfach einhändig. Hier oben dann haben wir natürlich die Valentin-Zack-Sachen wieder zurück. Mecha-Anführer ist auf jeden Fall am Start, inklusive Combo-Klingen und Mecha-Team als Lackierung. Muss man dann dementsprechend auch schauen. Ich persönlich finde den jetzt nicht so, dass man den sich gönnen sollte. Ich finde den so von der Optik her auf jeden Fall unnormal hässlich. Aber das muss ja natürlich jeder selber für sich entscheiden. Dann, Freunde, geht es hier rüber. Ein paar von den Sachen sind natürlich nach über einem Jahr zurück, glaube ich. Wenn ich mich nicht täuschen sollte. Wir haben auf jeden Fall Liebesdorn hier am Start für 1500 V-Bucks. Ich bin euch ehrlich, er ist nicht der geilste Charakter. Würde ich mir jetzt eventuell nicht holen. Wobei die zweite Variante hier gar nicht mal so schlecht ist. Wir haben den Liebesranger zurück für 2000 V-Bucks. Der OG-OG-Skin aus der Season 2 sollte man auf jeden Fall in seinem Inventar haben. Tattoo-Hack ist da, wahre Liebe-Emote, wahres Herz, Küsschen und Tagtraum für 800 V-Bucks. So viel zum heutigen Gegenstand-Shop. Mehr können wir dann auch nicht aber sagen und tun. Eure Meinung dazu natürlich gerne unten in die Kommentare. Schreibt mir, wie ihr das Ganze fandet. Wir switchen jetzt in den Rette-die-Welt-Modus und schauen uns dann dort nochmal an, was wir denn da draußen in der Wildnis so haben. Auf jeden Fall werde ich es, glaube ich, in Zukunft so machen, dass ich Rette-die-Welt nur zeige, wenn es Donnerstags eine große Aktualisierung gibt. Was haben wir auf jeden Fall im Lama-Shop, Freunde? Im Lama-Shop haben wir heute das legendäre Trollschatz-Lama für 500 V-Bucks. Im Gegenstand-Shop haben wir hier drüben den Liebesranger und hier diesen, ähm, was ist das nochmal, Armbrust, Liebesarmbrust halt. Ansonsten ist hier eigentlich weiterhin alles gleich geblieben. Und das, meine Freunde, soll es auf jeden Fall mit dem Video gewesen sein. Wir hören uns im nächsten Video hochdrehen, geht mit dem Flow, euer Fraps und ciao.